Und das Experiment hat gezeigt, dass das Teilchen gleichzeitig durch die linke und die rechte Spalte dringt, wenn man nicht hinsieht. Wenn man nicht hinsieht. Verstehe ich. Klar. Das heißt nur, Herr, dass die Katze in der Kiste tot oder lebendig ist. Tot und lebendig. Wenn man nicht in die Kiste hinein sieht. Richtig. Wenn man den Vorgang nicht beobachtet. Sonst würden die überlagernen Zustände kollabieren. Und die Katze wäre tot. Und oder lebendig. Wo ist eigentlich Judas? Der fehlt mir schon den ganzen Abend. Hallo? Schenk mir reinen Wein ein. Thomas, das ist eine Metapher. Petrus. Mein Fels und Menschen, Fischer. Was ist hier los? Nun ja, Herr, Judas hat sich mit Magdalena nach oben in seine Kammer verdrückt. Judas und Magdalena sind oben in der Kammer. Wenn man nicht hineinschaut. Durch sich trinkt man beide Spal? Psst, er kollabiert sonst. Judas, jetzt reicht's! Was haben wir denn noch, Apfelböck? Kreuzzehen. Dann rauf aufs Kreuz mit ihm! Bei Bessere, Sparber! vor allen Dingen! Bei Bessere, bei Bessere, bei der Bessere, bei der. Sparber! Bei Bessere, bei Bessere, bei Bessere, bei Bessere. Bei Bessere, bei Bessere.